OnOffice ist eine gut durchdachte Software für Makler, die das Arbeitsleben jedes Immobilienprofis vereinfacht. OnOffice-Kunden wissen, warum sie OnOffice-Kunden sind. Der große Vorteil ist der kompakten Komplettlösung von OnOffice geschuldet, weil alle unsere Kolleginnen und Kollegen, alle Mitarbeiter auf ihrem Arbeitsplatz alle Features haben, die sie brauchen. Sie brauchen keinen zusätzlichen Kalender, kein zusätzliches Datenverarbeitungsprogramm. Es ist eine Online-Software-Lösung. Das heißt, jeder Kollege kann überall dort, egal wo, seinen Arbeitsplatz zugreifen. Zusätzlich ist für uns eine große Erleichterung, wir können viele Dinge selbst konfigurieren. Beispiel dazu. Bei vielen Anbietern gibt es Lösungen, wo sie die Plattformen fix bedienen können. OnOffice gibt es zusätzlich die Möglichkeit, selbst Schnittstellen zu konfigurieren. Damit können wir auch Kleinplattformen, regionale Plattformen mit unseren Objektdaten bedienen. Für die Kunden der Immobilienmakler bedeutet das Transparenz und Einsicht in eine Vielzahl von Dienstleistungen. Gerade in der Immobilienbranche tun wir uns teilweise schwer, unsere Dienstleistung im vollen Umfang beim Kunden auch darzustellen. Auch da hilft uns die Softwarelösung OnOffice, die Prozesse, die um ein Objekt oder um einen Kunden über die Software abgewickelt werden, dort auch dokumentiert und archiviert sind. Erfreulich für die User ist die hohe Benutzerfreundlichkeit, die ein schnelles und effektives Arbeiten ermöglicht. Jeder, der schon einmal mit dem Computer gearbeitet hat, wird sich in der Software immer zurechtfinden. Wenn ich eine Anfrage über den Chat an den Support stelle, habe ich binnen Minuten eine Rückantwort. Das heißt, das funktioniert also so flott und so kompetent, dass ich glaube, wir haben in den sieben Jahren ein einziges Mal telefonieren wollen oder müssen, um eine Frage zu klären. Deshalb war die damalige Idee, OnOffice zu nehmen, die beste, die wir haben konnten am Softwaresektor.